Moderne Kleider für die moderne Frau Es gab eine lange Zeit, so beiläufig, da sprachen alle Textilanbieter, Modemacher, davon, dass sie eine Mode machten. Dass sie ganz modern seien, vor allen Dingen, dass alles was sie lieferten unter den Oberbegriff der Mode geradezu nur passte. Es war alles Quatsch, es stimmte nicht, es waren Biedertypen dabei, die beharrten darauf, wir sind die große Mode, die glauben das wahrscheinlich auch und das kann man ihnen auch nicht verübeln. Bei Falke entstand dann eine Parole, die hieß, wir machen keine Mode, sondern Kleider für moderne Europäerinnen. Und das ist abgezündet. Das ist abgezündet. Das ist abgezündet.